Ja, ich bin erstaunt, wie sehr die Leute sich für dieses Thema Clubhouse interessieren und auch wie jeder fachmännisch jetzt raten will, oh Mann, wird das das neue Portal, lohnt sich das jetzt da drauf zu gehen oder nicht etc. Momentan ist es ja noch so ein bisschen eingeschränkt für, also nur ausschließlich für Apple-Nutzer etc. und auch nur, wenn man eingeladen wird. Also ich sehe ein paar ganz, ganz klare Vorteile. Und der eine Vorteil ist, klar, es ist ein neues Produkt, es ist ein Trendprodukt, das ist ganz offensichtlich, logischerweise, weil jeder spricht darüber und die Leute wollen eingeladen werden, die Leute wollen mitreden etc. Was ich jetzt festgestellt habe, gut, es gibt ja einen Audiotrend und den gibt es ja schon seit vielen Jahren. Also seit vielen Jahren versucht man mit der Stimme und mit Talks und so weiter mehr zu machen. Und da gab es so eine Evolution, so vom Radio über das Hörbuch bis zum Podcast. Und die meisten YouTube-Videos und Instagram-Videos werden nur gehört, weil die hat man dann im Ohr und man ist gerade in der Bahn oder im Auto oder wie auch immer. Man guckt gar nicht unbedingt das Video, zumindest nicht bei bestimmten Formaten. Bei so Talk-Formaten, da muss man einmal sehen, wie die Leute aussehen und dann braucht man nicht mehr zuzugucken, weil da ändert sich ja nicht viel. Jedenfalls, diese Clubhouse-App hat natürlich die reine Konzentration auf Voice. Das ist ein Vorteil. Es ist eine Art Talk-Radio, also es ist so eine Mitmach-Aktion. Es ist nicht nur ein Podcast in eine Richtung, sondern es ist in beide Richtungen, weil sich auch Zuhörer beteiligen können, indem sie sich melden. Und dann werden sie nach oben geholt, sozusagen aus dem Publikum raus, oben auf die Bühne, sagt man da. Und dann können die eine Frage stellen oder können ihre Meinung zu dem Thema kundtun, etc. Alles macht der Moderator, der steuert sozusagen, wer was zu sagen hat und wer nicht. Und die meisten anderen Leute hören einfach nur zu. Also das ist natürlich eine ganz interessante Sache. Und das gab es schon damals, dieses Mitmach-Radio, heute auch noch. Da gibt es ja auch diese Domian-Call-In, was hast du zu sagen zum Thema? Also das ist ja nichts Neues. Und dass es das jetzt als App gibt, ist sehr interessant grundsätzlich. Erweitert also den Podcast-Gedanken hin zu nicht nur Podcast- oder Fachinformationen oder was auch immer für eine Information, sondern es kann auch noch ein Feedback, ein direktes Feedback stimmlich geben. Anders wie bei Instagram oder Co., wo jetzt zum Beispiel du einen Livestream machst und die Leute schreiben dir da Kommentare rein, dann ist das was anderes. Und außerdem ist natürlich die Hürde ganz viel größer, sich zu Wort zu melden und nicht einfach nur was zu schreiben. Bedeutet, du hast natürlich auch viel Hasskommentare und so weiter, hast du in diesen Clubhauses nicht. Oder wenn nur ganz gering. Weil es muss sich jemand melden, der muss sich zu Wort melden, der wird mit seinem Profilbild angezeigt und dann muss der was sagen. Und dann zu sagen, du siehst aber kacke aus heute, ich meine, das kann er gar nicht beurteilen, das ist ja eine Audio-App oder du klingst aber scheiße oder wie auch immer, das erfordert dann schon sehr viel Mut. Und dann kannst du den ja auch sofort wieder ins Publikum schmeißen und dann ist der raus. Das heißt, du wirst da wahrscheinlich eine sehr viel höhere Qualität haben von Talks und das ist auch das, was ich da jetzt so festgestellt habe. Ich war da jetzt so ein bisschen auch mit verschiedenen Personen irgendwie so ein bisschen in der Interaktion und haben wir eine Show mit Tobias Beck gemacht, haben wir eine Show hier mit dem Axel Schulz gemacht und so weiter. Das sind also alles ganz hochwertige Sachen. Alle Teilnehmer haben auch immer Spaß daran, weil es wirklich dieses Interaktive und das ist interessant. Und vor allen Dingen, du musst nicht gut aussehen. Also es ist völlig egal, wie du aussiehst, wo du gerade bist, was du gerade machst. Weil es ist eine reine Audio-App. Auch wieder anders wie bei Instagram und Co. Du hast sozusagen nur deine Stimme und du kannst theoretisch nebenbei kochen, solange das keiner hört. Und das machen auch viele, sagen ja auch viele, die da gerade, ja, ich bin hier gerade aus der Dusche gekommen und habe gar nichts an, so nach dem Motto, aber irgendwie, ich wollte mal kurz mitreden. Also das ist ganz interessant und das eröffnet wirklich viele Möglichkeiten. Also es ist sozusagen beiläufig möglich, diese App zu nutzen, Content zu kreieren etc., ohne dass man sich jetzt irgendwie einen Hintergrund und Licht und irgendwie, es darf keiner reinkommen und wie auch immer. Das sieht man halt alles bei so einer Audio-App nicht. Also es ist völlig wurscht. Das ist sicherlich ein extremer Vorteil. Aber, was man überhaupt nicht sagen kann ist, was haben die Gründer damit vor? Das kann ja auch keiner wissen. Das wissen wahrscheinlich gerade nicht mal die Gründer selbst. Das war ja letztendlich nur so eine kleine Pandemie-Idee, wo sie gesagt haben, auch irgendwie müssen wir uns doch hier in der Pandemie auch mal ein bisschen unterhalten im Silicon Valley. Programmieren wir mal schnell so eine App, wo wir uns mit ein paar Leuten zusammenschließen können und ein bisschen talken können. Und dass daraus auf einmal so ein weltweites Teil wurde, haben die, glaube ich, selber nicht mal geahnt. Und das sind ja auch die schönsten Geschäftsmodelle, wenn sie so entstehen. Wenn es nicht nur ein gutes Produkt ist, sondern viele Leute sehen das genauso, dass es ein gutes Produkt ist und wollen das haben. Und von daher, ob die das dann jetzt in ein paar Wochen für 200 Millionen an Instagram oder Facebook verkaufen oder an Microsoft verkaufen oder ob die sagen, wir machen dies oder wir machen jenes oder wir sammeln Kapital oder wir machen zu. Das kann man nicht sagen. Das weiß man ja nicht. Das wird sich zeigen. Da kann man jetzt auch nicht spekulieren, braucht man auch nicht spekulieren. Da müssen die ja selber erst mal gucken, was können die da überhaupt für ein Geschäftsmodell von machen für sich. Und das kann keiner sagen. In die Glaskugel kann keiner gucken. Ich bin aber der Meinung, man muss diese Dinge mitmachen. Das ist genau wie bei einem Aktienportfolio. Ich meine, nicht jede App wird erfolgreich sein auf Dauer. Aber wenn du überall ein bisschen präsent bist und ein bisschen mitspielst, dann werden sich welche herauskristallisieren, die eben überleben werden. Und dann bist du dabei. So einfach ist das. Und das ist ein gewisses Investment, Zeit-Investment, Ressourcen-Investment, dass man auf verschiedenen Plattformen eben was macht. Ich meine, ich bin ja auch auf so vielen verschiedenen Plattformen. Auf TikTok, auf Twitter, auf Instagram, Facebook, YouTube, auf Vevo, auf Pinterest. Wie heißt das alles? Das ist ja unglaublich. Diese ganzen Portale Xing, LinkedIn und so weiter. Also das kann man nicht sagen, was sich letztendlich durchsetzen wird. Aber es ist meiner Meinung nach nicht ganz verkehrt, überall präsent zu sein.